sie mit spieliger Rumpel im Prinzip so die Stil jetzt hier mal nach einer Fakt Aufnahme da der gute Freikers aus dem Internet rausgeflogen ist ist dass sie natürlich nicht gesehen habt sind die wieder hier bei der Fodette 2 mit Oak Forge Om Solos, Prycrabs und Mia Wafer fast investiert wir preschen auch schon mal gleich nach vorne wir wurden eingeladen beim Konzert aufzutreten müssen uns noch die Gitarren holen unterwegs und dann wird abgerockt weil dieses Konzert ist echt geil mal gucken wer es überlebt so geil ist das ich bestimmt nicht ja am Ende ist es ja richtig schwer Splitter iiii hat aufs Auto geklappt und ein Charger Spaß das Auto ist ok aber aufs Auto ne und doppel kann sein da ich falsch laufe das ist ein Benzinkanister und Prozent Prozent alleine durch die die das ist immer gut das habe ich ja selbst festgestellt ja ja Abstrau Scheiße und jetzt wird angezündet das war ein Versehen weil ich einfach nur schießen wollte naja Olli in Kamin viel Spaß mit dem Köln jeder Mann und später schießen wir ins Gesicht jetzt er ist auch der die auf dem Auto ich auch dem Auto so weit von hinterlösen zum Weg gewesen wir sind die DT und Moni nur hier sind ordentlich eine bessere Waffe nun die Bambam und es wird geschickt auf jeden Fall besser als dieses andere das streut mir zu sehr ich hab auch einen schönen erinnert mich ein bisschen also das Schussgeräusch erinnert mich ein bisschen an Dead Space Sky ja es hört sich ein bisschen aber nur wenn die so im Weltall sind ich wollte sagen Weltall Welt so das ist ein Boomer da war er ich hab ihn gesehen genau da war er so entgegen wir mal ich hab keine Ahnung wo es lang geht ich flöre durch mich gelaufen hier hoch geht es zum Beispiel liegt ein Snipergewehr Slack bei mir warum auch immer so jetzt geht es mir hier geht es in der Seite lang aber er weiß oder die die nur ab ja ja ich meine dann ist das blöde Schaufschützengewehr nicht auf das Auto was nicht auf das Auto ja hier ist welcher ist ich muss alle angreifen das Auto nicht auf das Auto ich habe nicht geschossen äh Oakforge hat die Meute aufgewiegelt steht bei mir habe ich ja auch ich habe aus Versehen nicht auf das Auto geschossen wir sind rebellisch äh wir sind ja die rebellischen Jugend das ist ein Boomer okay den habe ich was ist denn hier denn los heute na es lag ein bisschen bei mir ja bei mir auch aber bei mir kann es daran liegen dass ich auch noch nebenbei ähm äh ein 2 Stunden Video komprimiere ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht also ich habe ausnahmsweise keinen Lag ich im Moment auch nicht was er heute los ist es wäre auch komisch wenn einer von euch beiden einen Lag hat und der andere nicht weil ja beide an der gleichen Zapfsäule hängt ja aber wir haben beide eine scheiß Zapfsäule hey die Kugel tun weh echt die Kugel tun weh oh Phil meine Lu ja deswegen schmeißt sie ja mir immer rein weil sie weh tun oh ne Pille so jetzt erstmal Ruhe im Karton hier auai aber das bär sieht auch schön aus mit dieser ähm Rot-Vizierung das ist auch wunderbar oh ich hab nur die ja da sieht drinnen aus oh hier sind noch mehr Pillen der will Pillen Prycaps will welche ich will welche ich will welche da drin oh oh gleich jetzt noch zu mir nehmen die Drogen das hört sich nicht schön an echt mal hier ist irgendwo was hängt hier bestimmt irgendwo unten rum oh da unten sind Medi-Kids was Medi-Kids oh hier ist ne Pipe da unten oder ja es sind Medi-Kids unten ganz viele andere Sachen so früh schon der kommt doch bestimmt ein Tank oh könnte kommen ja gut ein Heapack ist also werfe sich ein stimmt hier ist ein Medi-Kid ich werde ich werde und ein Katana ich weiß nicht mehr wo ihr seid unter dir ja wenn du mir nimmst ach so er ist schon da hm ich will wie viel Leben habt ihr denn so alle ich nehm's jetzt müssen wir aber oben müssen wir weiter oder oder müssen wir unten weiter wir müssen auch oben weiter oder ja aber die Medi-Kids kann man ja trotzdem mitnehmen da ist doch nur eins gewesen ja eins ja ich meine ja nur kann man ja trotzdem mitnehmen für die ganze Zeit ein Boomer Brandmoni schön ne Rich oh stell auf okay ich stelle sie auf oder will mach ruhig bitte schön Brandmoni zum aufgestellten aus Morka 8.000 so jetzt kommen sie Eier jetzt wenn ich nichts sehe ja gerade deswegen kommen sie aber angekotzt wurde es da ja sollte ich aus dem Weg gehen ich durb mich mal noch ja das wär bestimmt sinnvoll ich hör ne Rich ja die hör mir schon die hören wir schon die Anzeit die gammelt hier unten da unten da unten da wo ich hab noch Brandmoni ähm Crytraps links von dir steht die links von dir rechts da unter dir wartet mal auf der Treppe ich hör mir noch die Brandmoni ähm mal Prozent der Charger ist irgendwie voll nach unten abge... oh scheiße Stunde nein hilf, 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 hilf äh warum hat die mich abgeknallt die blöde Schlampe weil du mir im Weg standest wow hinter mir ist ein Charger was Sölde was Sölde ah Crycaps ist mir sehr geil jetzt bin ich fast down Sölde bei mir leckeres gerade zuhören aber geil die alte Schlampe gekrapscht nicht so dankeschön jetzt äh jetzt sind wir sowas von am Arsch erst mal ne Pille das mir die Gitter hinten liegen lassen soll irgendwie schon ne ich hab die Witch nicht auf der Treppe gesehen dann war es so spät dann hat sie mich rot angeleuchtet mit ihren Glücks ich hab's die ganze Zeit gesagt dass äh dass sie wird schluss Hunter ach verdammt ich hab's ihr die ganze Zeit gesagt ja hab ich auch, ich hab genau abgeführt la 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 hier können aber auch manchmal Medikids sein ne ne aber ne Spritze ja und ne neue Waffe nehmen aber hier unten ist ein Defi den nehm ich mal mit das hört sich nicht schön an das hört sich an wie ein Jogger oder? ja und Smoker an oben da unten da drüben ist Molly sag ich doch ich geh mal ein Stück nach unten das ist hier doof ja ich komm mal mit ja ich muss grad nachladen ja ich muss grad nachladen ja ich muss grad nachladen sorry da ist ein Schad genau und ein Splitter kommt vor ne ist nur ein normaler Zombie da ja ja hier mit aller Palate sind nicht nett natürlich kommt ein Tank oh der schmeißt mit Autos ich hab Molly bereit okay ich hab gar nichts bereit wo sie denn ich sehe gerade nicht doch da gleich 3 oh ja komm her einfach mal Dauern ja der ist down oder? ja der ist down ja ich hab wafer hoch ja oder so heil ich mich erstmal ne komm hoch mein Guter scheiße ich brauch mal Muni ey deswegen hab ich mir vorhin die andere Waffe geholt ja ja auch wenn die ähm viel schlechter ist eben aber ich hatte nur noch 100 Schuss ich hatte noch 200 aber die werden jetzt schon noch gar nicht mehr ja ja hier muss man jetzt im Moment auch ein bisschen ich hab nicht mal zwei Pistolen hier ist ein Molly äh ich meine meine Staurohrbombarder Scheiße ich bin die ganze Zeit voll durcheinander das ist nicht schlimm du bist eine Toilette ey ich wollte aufs Klo tu mir leid ich brauche nochmal Kacken mhm oh mhm da ist ein Mädchen hier drin hehehe ist es? so schön in der Kackbritze hehehe hehehe ihn kann nicht zum Hintlen oh Hunter dabei ja der hat mich und ich hab ihn heia 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 darf ich jetzt mal bitte in Ruhe nachladen bitte dankeschön oh ich darf nicht oh das war mein Jar Jar katana in der Spacko da wo das ähm wo das medikit lag robo robo ach da hoch müssen wir ja nicht ah da gehts nach ok jetzt lagts bei mir auch noch so schön ein bisschen ne bei mir lagts sowieso hier kommt bestimmt jetzt wie immer ein Smoker und bei mir lagts fast die ganze Zeit das ist nicht schön da war ein Boomer da war ein Boomer hier kommt bestimmt wieder irgendwo ne Burtsch ich glaub ich hör sogar schon einer ja die saß das jetzt immer da bei dem Auto ne hm du hast auf mich geschossen wie kannst du nur da war nur ein Zombie Spitter von hinten scheiße ne aber hier ist wieder ein Auto das man anschießen kann wenn da jetzt ganz willkommen dann werfe ich meine Pipe aber irgendwie die kommen hinter uns glaub ich es dauert eine Weile die kommen oh ja die kommen hinter uns auch hinter uns weg 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 so Pipe das war weiter das war ein Zettung Gommel das war immer noch ich hab nur mich noch Platz 6 Leben hält die uns mal ähm ja hilft mir immer wer ja ach so ja du bist ja bei mir auch 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 und da ist das nicht nicht und er ist auch noch beendet ja die 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 auch jetzt kommt das mit dem Gartenzwerg ja jetzt nur den Gartenzwerg einsammeln okay Gartenstor bestimmungsweise Breiters muss den Gartenzwerg einsammeln die 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 ganze Zeit behalten 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 die ganze Zeit behalten